hallo liebe barbecue freunde ich zeige euch heute wie man ein ribein zubereitet das ist das königsstück afternoon grill wir haben hier ein sehr großes stück gekauft das könnt ihr dann natürlich auch zum beispiel lavieren vakuumieren und tiefgefrieren da habt ihr immer ein schönes stück zu hause wenn ihr mal spontan was gutes grillieren möchtet dazu gibt es ratatouille mit saisonalem gemüse oder gemüse aus dem braten und bratkartoffeln wenn es mal schnell gehen muss bei den bratkartoffeln könnt ihr die auch anstelle von grill im backofen machen manchmal ein bisschen einfacher hier sieht man die sehne das wichtig den verlauf anzuschauen wo geht die durch damit ich weiß wo ich durch schneiden muss bei einer schönen sehne kann man natürlich in der mitte reinschneiden und dann an dem verlauf folgen das sieht man jetzt hier sehr schön dann kann man auch schauen dass man nicht zu viele fleisch erwischt und dann schreiben wir hier durch hier auch noch nicht nur diese stücke entfernen tatsächlich nicht so viele wenn man das umdreht sehen wir jetzt einiges mehr die stellen wir hier kann man das aufschneiden dann kann man das aufklappen schon in hier seht ihr eigentlich das riebein das ist das auge das ist fett das kann mir belassen und hier dieses stück das ist alles zähne wird das glänzt das macht es dann auch zäh das schneide ich raus für die marinade kann man es sehr einfach machen indem man lorbeerblätter nimmt wachholdern und pfeffer die legt man ganz aufs fleisch und lässt das dann ein bisschen einwirken und zwar eingewickelt mit ein bisschen öl oder ich mache das habe ich dann am liebsten ich mache so eine art eine pasta die ich dann ein streiche dazu nehme ich koriander habe ich sehr gerne wie mir das der jamaica das ist ein bisschen süßlich was aus der indischen küsschen kardamon chili flakes knoblauch eben ein bisschen öl die lobeerblätter und die wachrolle hier sehen wir unser menü da haben wir das Rübeid schon schön mariniert die Kartoffeln da macht man einfach ein bisschen Öl ran haben wir jetzt da schon ziemlich gemacht ein bisschen Öl ran hier auch und dann macht das untereinander so dass das überall schön benetzt ist ein bisschen Kräuter ran so wie ihr das möchtet der Rosmarin eignet sich da immer sehr gut ein bisschen Chiliflocken ein bisschen Paprika Pfeffer kann man noch rein machen so wie ihr das halt gerne habt hier die Joghurtsauce die ist für die Bratkartoffeln oder auch fürs Fleisch sehr gut wir haben verschiedene Gewürze ich nehme immer Kardamon ein bisschen wie mir etwas Jamaika dann haben wir Koriander Chiliflakes das mache ich mir alles in Mörser rein und dann vermöße ich das bis es eine sehr feine Konsistenz hat jetzt sind wir hier beim Barbecue Master XL Premium den haben wir schon volle Kanne hochgeheizt ist jetzt zwischen 250-300 Grad genau bei 275 Grad und bei 205 Grad die haben hier das Rebuy auf den argentinischen Grill ausgelegt. Ihr seht, der ist perfekt, weil das Fettkopf hier schön runter in diese Auffangstahle. Hier haben wir einen Seitenbrenner beim XL Premium, den haben wir schon volle Kanne hochgefahren auch. Der kriegt bis 800 Grad, kann ich auch regulieren natürlich. Jetzt stelle ich da mal mein Ratatoul drauf im Gustopf, den kriegt ihr übrigens auch bei uns im Webshop. Das ist ein sehr gutes Zubehör, nicht nur für den Gaskill, sondern auch für den Camaro. Jetzt haben wir fast das ganze Menü schon drauf, was noch fehlt, sind die Bratkartoffeln in der Gustpfanne. Die legen wir auch schön in den heißen Grill rein, die kriegt ihr bei uns auch im Webshop übrigens. Ein super Tool, so habt ihr alles unter Kontrolle und dann schließen wir zum Garen. Hier sieht man jetzt den argentinischen Grillos, wo wir das Rebuy drauf haben. Ihr seht die Struktur, wie die schön durchgekommen ist. Ihr seht hier, wie das Fett hier runter läuft, sprichlich das Tropft hier in diese Schale. Sie hat sich schon richtig gefüllt. All dieses Fett, das habt ihr nicht im Grill drin, sondern hier in der Schale. Das gibt dann auch keine Flammenentwicklung. Zudem gibt es diesen Grillrost für jedes Grillmodell, auch für unsere runden Camados. So, dann schauen wir mal, jetzt haben wir hier das Rebuy auf allen Seiten super schön angebraten, auch auf der Front haben wir gemacht. Jetzt legen wir das hier eine Stufe hoch auf den Warmhalterrost und stecken das Thermometer hier rein, in der Mitte schön, nicht am Rand, sodass wir wirklich die Kerntemperatur raus sehen. Wir haben jetzt hier momentan 17 Grad. Das Ziel dabei ist bei Medium, ich mache das sehr gerne Medium, dass wir da 52, 53 Grad haben. Dazu schalten wir jetzt die Temperatur hier runter und schließen das und dann schauen wir nur noch auf dem Temperatur, auf dem Thermometer. Zwischendurch immer wieder mal kontrollieren, wie ist der Garpunkt. Wir haben jetzt hier beim Ratatouille, ihr seht schon, das ist schon sehr saftig geworden, alles. Das Gemüse, die Tomaten haben da schön die Soße gegeben. Das ist schon ein bisschen gar. Jetzt kann man hier die Pfanne ein bisschen raus, wie ich das gemacht habe, und die Temperatur runter schalten. Oder jetzt bei der Gasstufe könnt ihr das sogar abschalten, weil der Topf selber hat ja noch sehr hohe Hitze. Da muss man das nicht mehr einhalten. Wir checken auch schon diese Bratkartoffeln. Die sehen auch schon super lecker aus, hier alle schön angeröstet. Zwischendurch ein bisschen untereinander machen, damit sie sich nicht ankleben. Das ist noch wichtig bei der Gusspfanne. Nun sind wir hier ready. Wir sehen hier haben wir 51 Grad, so 54, 52 ist ideal. Wir nehmen das Fleisch weg, legen es auf die Alufolie für drei Minuten und dann schneiden wir an. Und dann wird das noch mal die Poutine und dann noch ein paar Karten und dann bekämpft das Land. Und was geht jetzt auch bis auf die Zischkombia und da sind die Kartonmelde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020